Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. So süß gratuliert Nick Jonas seiner Pri Anka zum Geburtstag. Nick Jonas, 29, macht Pri Anka Kopra, 40, eine süße Liebeserklärung. Seit 2018 sind der Musiker und die Schauspielerin glücklich verheiratet. Im Januar gab das Traumpaar dann bekannt, sie sind zum ersten Mal Eltern geworden. Dank einer Leihmutter grünte Malti Marie das Glück der beiden. Gestern feierte die Mutter einer Tochter ihren 40. Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete Nick Pri Anka rührende Worte im Netz. Auf seinem Instagram-Profil teilte der 9- und 20-jährige süße Schnappschüsse von sich mit der Beiwetsch-Darstellerin. Neben einem Knutschfoto der beiden am Strand ist Pri Anka offenbar beim Feiern zu sehen. Außerdem posiert Nick mit einem Handtuch, auf dem der Name seiner Liebsten steht, sowie der Titel Juwel vom Juli. Unter dem Post fand er weitere liebevolle Worte für seine Frau. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mein Herz, das Juwel vom Juli. Ich fühle mich so geehrt, mit dir auf dieser verrückten Reise durch das Leben zu sein. Ich liebe dich, schrieb der Jonas Brasser-Sänger.